dieses spiel hat keine altersbeschränkung wir wünschen euch allen viel spaß hallo und herzlich willkommen zurück zur folge 5 von goldwash the game es gab mittlerweile ein update wie man hier unschwer erkennen kann und dies besagt dass die season 2 gestartet hat und die uns quasi damit all unser geld und gold abgenommen haben diebe räuber guck mal would you like to get all your season one money back ja wir wollen all unser geld wir wollen ein bisschen geld weg ja wir wollen das geld zurück haben wir haben wir eh noch nicht so viel gehabt ja 20 kam gold hat er uns jetzt das gold auch noch mal ab hier rum haben wir denn ne quatsch gold map dicktube wo kann man nicht nachgucken inventar so ist haben wir ja gar nicht was wir hatten aber nicht mehr so viel geld gold ich weiß es oder war haben wir vielleicht sogar noch jetzt hängt er schon wieder fest an der bord stellen könnte vielleicht haben wir sogar glück kriegen jetzt noch mehr geld ja aber dann lass es doch erstmal dann gehen wir erstmal gucken oder was ist das denn hier gemietet was ist ein upgrade 1 eigentlich mieten kaufen ich weiß gar nicht was das was bringt das ab keine ahnung müssen wir ausprobieren ne also goldbarren haben wir keinen wir müssten also wieder zum schmied aber ich würde es echt mal interessieren was uns ein upgrade bringt vielleicht kriegen wir dann mehr schürfzone oder noch eine schürfzone dazu oder so keine ahnung aber wir sollten vielleicht erst mal ein bisschen was geld verdienen aber ich weiß nicht warum wir jetzt wieder mehr gold haben aber gut wir hinterfragen das jetzt einfach nicht geschenkt gekriegt ich sehe auch keinen unterschied zu zu ähm vorher ne die haben ach gott ich habe schon wieder verdrängt die haben ein paar bugs gefixt gehabt ist ein paar fehler haben sie ausgemerzt die haben ähm boah ruckelt der jetzt die haben es angepasst ähm dass du weniger gold findest bei nicht so reichen goldadern also ich denke mal da wo wir gerade sind werden wahrscheinlich jetzt noch weniger finden wobei wir noch gar nicht so viel gefunden haben ähm aber egal wir werden wir haben 20 gramm gold na warum gibt es denn das direkt schon wieder weg ne ich lass das einschmelzen als gold ja warum denn nicht das ist doch geld doch nicht verkehrt weißt du nicht ob man gold noch irgendwo für braucht äh zum verkaufen gold schmelzen jetzt kriegen wir einen goldbarren tadaaa boah das ist aber eine ruckelpartie eh und jetzt haben wir 606 dollar ja die hatten wir vorher auch schon oder nicht hatten wir vorher weniger mehr ach vielleicht kostet was nein das kostet nicht es kann sein dass der dass das ein fehler war aber es haut ja nicht hin oder ich weiß es nicht ach ist egal wir machen das jetzt einfach wir machen jetzt einfach weiter es fehlt noch so ein bisschen irgendwie ein radiosender einzustellen oder sowas boah die steuerung ist schlimm geworden ein träumchen ne der ruckelt auch so ich weiß nicht vielleicht liegt es dann uns vielleicht liegt es auch an bestimmten intel sicherheitsupdates aber weiß es nicht so genau wir verraten doch nichts wir verraten nichts zu tun vielleicht bild ich mir das doch nur ein aber irgendwie ist unser computer definitiv was langsamer als vorher zumindest merke ich das beim rendern so goldbarren verkaufen das ist doch gott ne 18,18 783 kriegen wir dafür nur das ist ja nix da müssen wir ja kiloweise verkaufen naja versuchen wir unser glück weiter ja das heißt wir fahren zurück zum claim und müssen jetzt erstmal surfen oder warte mal wenn wir schon mal hier sind wir fahren mal zum lager was möchtest du denn kaufen ich wollte mal gucken was diese automatische anlage da kostet ich denke in unserem guide was wir dafür brauchen oder versuchen wir uns da einfach selber durch zu wuscheln also es ist schon so ein bisschen noch dass einige sachen halt noch nicht so ganz richtig übersetzt sind hat man ja letztes mal auch gesehen ja es ist so ein bisschen viel denglisch also wenn man mit englisch jetzt so gar nicht in berührung kommt dann muss man schon ein bisschen gucken so also wir brauchen Generator ja Wasserpumpe das wären wir schon mal bei 550 was ist denn das ein Waschtisch Heureka Magnetitabscheider wir gucken mal ganz kurz bei uns ins Notizbuch das haben wir gemacht das haben wir auch alles gemacht können wir alles Tier 1 ja so Expansion wie sagt man Erweiterung was haben wir denn jetzt eine kleine Wasserpumpe Fat Water Hose also ich denke mal das ist das oder der Schlauch guck mal dicker Wasserschlauch und ein dünner Wasserschlauch ja Hose ja doch ich glaube ja das könnte sein also zweimal die Schläuche die Pumpe ein Filter ein Filter Two-Hog-Pen-Mads ist nochmal zu sehr ja klar wegen der Schütte hier ja wegen der Verlängerung ja die Pumpe und die Rutschenerweiterung also okay tun wir mal die Pumpe ist ja hier der hat jetzt nichts vom Generator gesagt oder das ist die Erweiterung die kostet 100 aber wir brauchen da auch einen Generator damit die Pumpe läuft woher nimmt die sonst einen Strom wo ist meine Maus hallo manchmal ist das etwas seltsam so hier das ist aber nur die Wasserpumpe hm das ist die Wasserpumpe Small Water Pump aber guck mal Wasserpumpe und unten ist das Benzin läuft die vielleicht selber mit Benzin to refill nee mit was wollen wir machen mit der Wasserpumpe remember to refuel ich weiß jetzt gerade ganz unten steht das da achso remember to refuel so Wasserpumpe ja mit Wasser und Sprit ja dann brauchen wir keinen Generator aber wie soll denn das aber wir brauchen Sprit wo kriegen wir den her auch von da achso klar die Wasserpumpe selbst hat quasi die ist quasi sein eigener Generator das ist wie das Motor jetzt habe ich das kapiert Sprit können wir hier äh guck mal nee wo war es denn irgendwo guck mal das sind doch die Schläuche die wir brauchen ja 30 das ist ein Hydraulikschlauch Wasserschlauch dünn Wasserschlauch dick dann nehmen wir doch mal einen hinzufügen fügen wir hier auch einen hinzu das sind die zwei Schläuche die wir brauchen ja wir können ja hinzufügen wir müssen ja nicht kaufen genau so hier nehmen wir die Wasserpumpe dann nehmen wir eine Rutsche weil wir haben es ja ist das die richtige Rutsche ja Lagerslots ja das ist die Erweiterung das ist quasi Teil 1 die haben wir doch schon ich bin nur weil es zwei gibt aber wir brauchen den mit Wasserpumpenanschluss den hier ja vielleicht schaut sie mal gucken ich habe jetzt gerade nicht zusammengerechnet im Kopf wir bräuchten noch zwei von denen so ich muss schon mal wieder gucken ich hoffe es wieder verdrängt also wir haben das wir haben das wir haben das wir haben das den Filter den Filter und den Sprit noch Sprit ist das nein das ist nix Sprit an der Tanke haben wir an der Tankstelle ja die werden doch wohl hier guck mal was hier rumsteht Öl und alles die werden doch auch Sprit verkaufen oder ich meine das sind ja Benzinkanister aber lass uns erstmal den Filter suchen Federn das rechts daneben das nee das sind Verlängerungsstecker was ist denn das irgendeine Kordel nur Kordel zum verpacken ja aber der Wasserfilter der muss doch ich meine es liegt ja immer alles hier für den Anfang warum liegt denn der Wasserfilter nicht hier oder bin ich wieder blind was ist hinter dem in dem Regal dahinter wo die Federn und so aus sind aber hier kannst du ja nichts anwählen ja ist halt so manchmal muss man im Supermarkt ein bisschen suchen aber ich glaube guck mal da stehen ja nicht da Kanister ja warte mal das ist Kanister ja das ist der befüllt ja ich geh doch mal stark davon aus nehmen wir direkt zwei wir können nur einen nehmen Lagerslots drei von fünf ist egal so unten sind das Filter nee das ist Klebeband das ist Klebeband Batterien Batterien Waschtischdüse sind das Filter nein Filter wo seid ihr macht doch mal Piep 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 Machen sie aber nicht Mäuschen mach mal Piep wir nehmen einfach das Teil mit das ist viel stylischer ja wo ist er hin bin ich denn jetzt so blind oder was das kann doch nicht sein aber den musst du mal kaufen der war aufgelistet der ist jetzt nicht wieder irgendwo mit dabei und wir haben das schon wieder überlesen da steht ja Water Filter also Wasser Filter ja warte mal die stecken das zusammen da kommen die Matten drauf ist klar da muss der getauscht werden für Wasser nee hier Wasser der Filter plus Schlauch der muss irgendwie auf den Schlauch drauf ja und dann brauchen wir Wasser und den Benzinkanister aber ich meine die Schläuche liegen ja hier wieso liegen dann hier nicht auch die Filter Hydraulikschlauch weißt du Verbindungsstück für Schläuche Stromkabel das ist alles Strom ach das gibt's doch nicht hm ach das kann doch jetzt nicht sein ja leider müssen wir das Spiel beenden weil wir finden keine Filter ja das das muss du bleibst ja überall hängen das ist nicht normal ach komm hier werden die doch auch nicht liegen oder hier kann man ja nur kaufen also bezahlen meine ich kann man da irgendjemanden fragen da ist ja keiner da ach guck mal eine Goldwaschpfanne ja aber da haben wir ja hier so die Büt ach das ist auch eine Goldwaschpfanne die kosten kosten dasselbe sind aber unterschiedlich groß ach guck mal hier hier sind die Filter da Filter da sind die Filter guck an Wasserfilter Wasserfilter nimm mal einen erstmal ne was haben wir hier noch Kraftstofffilter das brauchen wir hoffentlich ein Zahn ja das ist ein Zahnrad ne das ist doch gerade eben schon Zahn Zahn hier ja für den Bagger Maschinenzähne so dann gucken wir mal was der Spaß kostet und was das überhaupt leisten oh ja dann nehmen wir das doch mit das können wir das dann locker leisten hier deine Bestellung wurde vorbereitet ja wir finden die bestellten Produkte hier daraus und diesmal nehmen wir alles mit das ist aber doch lustig das ist doch auch so schön dass jetzt kann ich wieder alles einzeln aufnehmen ja das ist immer so verteilt guck mal jetzt ist es sauber aufgereiht das könnte aber in Wirklichkeit auch passieren man muss sich manchmal dann bei Baumärkten auch nicht nach dem Sinn fragen ach ich bleib hier überall hängen das ist so nervig wundervar sitzt, wackelt und hat Luft ja schippen müssen wir dann nur immer noch mit der Hand ne ich hab keine Ahnung wie das jetzt funktioniert wir werden das gleich sehen ich geh mal davon aus dass wir jetzt nur das Wasser nicht mehr reinkippen müssen ja ja dass wir immer weiter schippen können und das Wasser läuft automatisch genau das wird automatisch währenddessen aufgereinigt wie auch immer also durch wir sparen uns auf jeden Fall einen Arbeitsschritt genau das hätte man auch irgendwie ein bisschen netter machen können ja es war schön dass man das alles so realistisch aufsammelt aber man hätte das ja auf eine Palette packen können ja man so ein kleines Inventar wäre auch nicht verkehrt gewesen so vier bis fünf Slots weißt du ja ja dass du zwei von den Matten in der Hand nimmst ja genau ich meine es ist ja schön mit Realismus aber ich würde mir im Wirklichen Leben auch ein paar Teile gleichzeitig greifen nicht für alles einzeln laufen und ich würde auch nicht andauernd an so einem blöden Pöller hängen bleiben aber nur gut na das ist nicht richtig drin wo man dann unterwegs verlieren kann ich hoffe nicht boah das regt also die Steuerung das ist sowieso die naja die Maus ist hektisch ab und zu ruckelt und ich hängs und ich häng schon wieder ne du gefällst mir so nicht pass auf du kommst nach hier hinten oder auch nicht ja das passt aber doch ja das ist gut der ist drin jetzt haben wir noch ein Teil ne genau das letzte Teil ne ne ist das hinten ne ist das ein Stein ja ne wir haben dann ist alles wir müssen eigentlich alles haben ja ich dachte erst dass wir der Wasserfilter war was haben wir eigentlich für ein Geschenk mitgenommen wieso der Kraftstofftank ist leer kann man hier nicht Diesel he 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 haben wir noch einen Schlauch nein das funktioniert doch nicht ich muss unser Auto auch tanken ich hab keine Ahnung ich lass den einfach mal umweltbewusst weiterlaufen kann man das Ding eigentlich fahren ne guck mal haben wir eine Tankstelle ja ich ich steig erstmal ein guck mal ob wir irgendwo einen Füllstand sehen weil das ist also ich weiß nicht ob diese Tank gut da funktioniert die Tankanzeige weil sonst haben wir ja nichts zu stehen ne wo ist denn die Tankanzeige die kann ich gar nicht da ist die Tankstelle wir müssen gerade aus die Tankanzeige ist quasi ähm über dem Lenkrad direkt von der Mitte aus gesehen links das erste ah ok da sind wir auch noch nicht leer das muss ich wieder drehen ne warte mal wie war das jetzt nochmal ah ach ja die haben Bremse wieder fahren wir schnell zur Tankstelle bevor wir gleich wieder umdrehen dürfen ja dann können wir ja mal gucken ob wir ertanken können das Auto voll ja noch haben wir genug Geld oh einfach verpasst oha 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 ooo so benutzen eh jetzt ne ne jetzt kann ich wieder zurücksetzen du musst den anderen nehmen kann ich war da überhaupt einer dran da war doch gar keiner dran da ist doch leer ne oh oh ne ne na gut wir lernen dazu so jetzt aber das sollte hoffentlich passen und ja was weiß kann ich den jetzt einfach voll tanken ist der ja komplett leer oder wie das verstehe ich jetzt nicht kostet das der Preis 130 ja aber ich weiß ja gar nicht wie voll die Karre ist die sind ja lustig tanken wir mal einfach voll ach komm wir tanken voll wir haben es doch kann ich jetzt eigentlich kann ich oh guck mal du kannst den auch voll tanken ja warte ich muss den ausladen tu mal natürlich schnell nichts nichts leichter als das ich dachte der geht mir weg ähm so da haben wir das nicht eben wie viel kostet das denn jetzt da oben 204 kostet das immer dasselbe das kann ja nicht sein besonders der Liter kostet 2 Dollar 4 und wir wir haben eben noch dasselbe nee das kann nicht sein das ist bestimmt ein Fehler im Spiel ja tank mal das wäre noch irgendwas mit knapp über 40 Dollar zu 613 Dollar haben wir jetzt noch gucken wir mal wie viel wir dann danach haben den tanken wir auch direkt voll hier gehen natürlich nur 6 rein und 12 Dollar ja gut dann scheint das wenigstens zu passen ja ich hoffe der ist jetzt auch wirklich voll dass ich jetzt nicht irgendwas falsch gemacht habe und natürlich sehr umweltbewusst tanken wir nur Diesel ist auch kein VW keine Sorge der hat aber auch kein Partikelfilter drin er hat auch keine Plakette er darf leider nicht mehr in Städte da müssen wir einen ganz großen Bogen hier rum wohlfahren das ist ja keine richtige Stadt das ist ein Dorf ein Village ein Village ich glaube der Weihnachtsbaum ist auch weg naja ja der ist weg Weihnachten ist vorbei ja keine Geschenke mehr du hast es mitgenommen haben wir geguckt was das ist ich weiß ja nicht wie ich wüsste nicht wo ich ein Inventar wo ich reingucken kann ich kann ja nur tap auch diese Ladesequenzen das ist so nervig ich kann ja nur tap drücken und da habe ich keinen Inventar jetzt habe ich jetzt habe ich gerade voll die Orientierung verloren ich hoffe doch es ist richtig Richtung Turm immer Richtung Rauschwaden da wo es gesund aussieht achso der ist wieder am Laden bloß nicht steuern währenddessen sonst schmiert der Wagen wieder weg die Goldwaschwanne erspart uns dann sicherlich im nächsten Schritt dass wir da andauer mit dem Ding rumschüppeln müssen das wäre natürlich nice also das würde da würde ich jetzt als nächstes mal versuchen drauf hin zu sparen ich weiß gar nicht mehr was sie gekostet hat 1000 Dollar dieses automatische Waschteil hatte 6000 gekostet wenn wir jetzt von selber sprechen dieser Waschtisch da ne der war 6000 6000 ja gut aber ich sag mal das hat man eben 20 Gramm also knapp 18 gepresst waren es ja da hatten wir 700 bekommen für ne ja wir haben auch noch Miete und sowas zu bezahlen ne ja zahlen wir die ach ja doch pro Tag ne ah stimmt ich hab's schon fast wieder verdrängt boah ist das ja eine Ruckelpartie hier aber wir dürfen ja Gott sei Dank gegen Gold zahlen dann müssen wir nicht immer da runterkarren ja das ist wohl wahr ja ich wollte eigentlich auch die Handbremse anziehen alles gut und ja wir haben das ist auch wenn wir das sind das ist ja